hey leute zu einer neuen folge clash royale und wollte euch eine information geben ja dass wir immer turniere machen werden und ja wir werden auf jeden fall heute noch diese klassische auswahl auswähler herausforderungen spielen ich würde erstmal keine antworten also bin ihr das turnier machen wollte dann schreibe ich als passwort in dem kleinen ohne video damit also damit ihr mitmachen könnt ich weiß wir wissen jetzt nicht wann also was funktioniert jetzt machen werden ich glaube jetzt erstmal so von anfang 25 grad auf jeden fall sollten wir diese neue herausforderung hat ein bisschen gezockt 8 siegen hoffentlich schaffen die wohnen ramburg herausforderung zwölf siegen wie wir jetzt gewinnen kriegen wir 200 müssen uns zehn karten so let's do this ich glaube ich hoffe ich hoffe ich habe funki mal nicht vergesstet oder ich habe den alles mal überdacht wie spiele ich jetzt mit funki mal nicht vergesstet oder ich habe den alles mal überdacht wie spiele ich jetzt mit funki ich weiß jetzt nicht wie ich das jetzt spielen werde ich habe noch nie so hardcore gespielt mit solchen scheiß karten fuck alter dyke versuche ich jetzt halten also ich weiß jetzt nicht was machen soll es ist jetzt wenn es alles was ich habe zu sehen alles klar ja ich glaube ich für diesen scheiß gameplay aber ich kann mit diesem deck nicht spielen ich hätte auch glaube ich den ritter anstatt diesen er kann die ganze zeit keine rote ok ich habe verloren save man save save ich kann nicht mehr save man save ich habe die proberatung die konzesse mit der dringend für vorne ja ist klar noch mal nur lang kein worte gibt es noch etwas ich kann nichts machen ja schön warum ist die bombe sollte ja was ich mache tut mir leid leute ich kann nichts dafür spiel mit schicken und machen wir nach ich weiß jetzt nicht okay okay bombe und bombe geile die flächenschau ich habe keine luftanheiten so scheiße ich hab den gift ich hab nichts ich hab einfach nur die und den gift kommt nicht durch ja ok nee dieser scheiß lava rund jetzt doch verloren verloren ja danke schön ich kann nichts gegen das scheiß machen jetzt ist das gelte wackeln bitte ein bisschen schaden ja komm ich hätte sch ach komm kommt er mit so einem scheiß man du scheiß ja ich kann nichts machen kann nichts machen entschuldige leute für dieses fest gameplay du bist du bist du bist du bist du bist ich habe jetzt du bist 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 das ergibt mich billig ist doch jetzt geht auch diesen scheiß Komm mach wenigstens noch einen Schaden, naja du bist zu unfähig dafür Ja was soll ich machen? Okay, der Gegner ist jetzt nicht so, also der hat bestimmt nicht so Karten jetzt im Moment Boah riesel, die geht ab man Aber du hast auch viel Schaden gemacht Ich weiß jetzt nicht was ich machen dagegen Was ich dagegen machen würde Ich hätte keine Klammer bekommen Doch, 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 doch Ich hoffe Viele, viele Dinge gehen Klammern Alles klar, geh auf, nicht auf den Nagos Nein Die Lava-Welt, Malta Die Lava-Welt, Malta Ah, ich hätte den Bessert platzieren sollen Echt besser Okay Das schaffe ich schon Als ob der jetzt mit Ballon abfährt Als ob der jetzt mit Ballon abfährt Ja Das war's mit dem Video Und Ja Ähm Ja Ich glaube es sind zwölf glaube ich Zwölf oder so Ja Wir haben zwölf oder so Ja Ja Hätte Probleme Ja Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Decks Die kann ich dann nächstes Mal irgendwie benutzen Und dann werde ich mal sagen Ich Ich bin nicht mal in diesem Part War mal schön mit euch wieder mal Zu zocken Also Ich bin nicht mal in diesem Part Ein Video zu drehen Für euch Gebt Auf jeden Fall einen Daumen nach oben Wenn euch das Video gefallen hat Wenn es euch nicht gefallen hat Dann gebt ihn nochmal unter MAAA Und ja Ich würde jetzt sagen Ciao Zum hunderttausendsten Mal Okay Okay